Und damit du genau diesem mathematischen Phänomen nicht unterworfen bist, also nicht mehr abgibst, nicht mehr Verluste erzielst im Sinne dessen, was du an Abgaben eben zu leisten hast, gibt es uns mit unserer Dienstleistung CFO as a Service. Hi und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf YouTube. Mein Name ist Matthias Eser und ich bin Unternehmensberater für M&A-Transaktionen und Unternehmensfinanzierungen und damit einhergehend auch der Berater für ganz viele gesellschaftsrechtliche und steuerrechtliche Fragen, die ich natürlich nicht direkt behandeln darf, aber in enger Abstimmung mit den entsprechenden Experten, also Steuerberatern und Rechtsberatern, dann für dich ergründe. Heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das häufig angefragt wird, aber noch nie in einem einzelnen Video direkt behandelt wurde. Und angefragt wird es deswegen, weil ich mich dazu sehr viel bei LinkedIn äußere, nämlich dieses Thema CFO as a Service, das Thema Finanzen und die damit einhergehende Strukturierung der eigenen Unternehmensfinanzen, um wirklich verantwortungsvoll als Unternehmer oder Unternehmerin zu agieren. Die grundsätzliche Herausforderung, mit der ich tagtäglich konfrontiert bin, sind Unternehmen und damit natürlich auch Unternehmer und Unternehmerinnen, die das Thema Finanzen ziemlich stiefmütterlich behandeln, vor allem bei KMUs, also bei kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vielleicht auch noch sehr schnell wachsen, werden die Themen Marketing und Vertrieb sehr gerne in den Fokus genommen. In einigen, aber eben nicht in allen Fällen, wird auch wirklich die letztliche Dienstleistung, das Produkt noch entsprechend fokussiert, doch man muss so fair sein, dass ganz viele Unternehmen da draußen erstmal ins eigene Buch blicken und damit natürlich auch versuchen, die eigenen Umsätze durch Marketing und Vertrieb möglichst hoch zu halten. Leider Gottes wird nicht derselbe Fokus auf die Erstellung der Produkte und Dienstleistungen gelegt, was ich selber nicht für gut halte, aber aus meiner beratenden Praxis so definitiv konstatieren kann. Damit einhergehend leitet sich aber auch schon ein Problem ab, denn wenn Marketing und Vertrieb in den Fokus genommen werden, ungeachtet wie jetzt wirklich mit dem Fulfillment umgegangen wird, dann gibt es ein immer höheres Aufkommen an Zahlenmaterial, und zwar monetärem Zahlenmaterial. Wir sprechen also von Umsätzen, von Deckungsbeiträgen, von Profiten, vielleicht von Verlusten, von möglichen Abschreibungen und in diesem Gestaltungskontext natürlich auch die Möglichkeit, die Steuerlast nach oben oder nach unten zu korrigieren und damit die gesetzlichen Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen. Du kennst es sicherlich von deiner steuerlichen Beratung, dass diese ganz selten und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch nie zum Telefonhörer gegriffen hat oder dir individuell eine E-Mail geschrieben hat mit Vorschlägen, wie du deine steuerliche Last auf Ebene der Lohnsteuer durch zum Beispiel die Gehaltszahlungen für dich und für deine Mitarbeiter, aber eben auch im Rahmen der Gesellschaft, also der GmbH oder AG üblicherweise, aber dann letztlich auch wieder auf Individualebene, dann im Rahmen der Ausschüttung optimieren kannst. Das ist eigentlich schade, denn Steuerberater hätten das notwendige Know-how, um dir Fragen dahingehend zu beantworten. Du weißt nicht, was du fragen sollst. Der Steuerberater antwortet aber nur auf Fragen und ist selten in dieser proaktiven Haltung, wirklich eine Beratungsleistung auf initiativer Basis für dich zu erbringen. Und genau deswegen treten wir hier auf die Matte, auf den Plan für dich und für dein Unternehmen und letztlich auch für dein gesamtes Team, also für deine Belegschaft, denn nichts ist schlimmer als Geld, das du abgibst und so definitiv nicht wieder zurückbekommst im Rahmen der Steuer. Warum ist das Ganze so? Das ist ein finanzmathematisches Phänomen und du kennst es sicherlich von Warren Buffett, schon mal irgendwo gelesen oder gehört. Rule number one, never lose money. Und Rule number two, never forget Rule number one. Warum ist das Ganze so? Weil wenn wir 100% Kapital haben, zum Beispiel 100 Euro und 10% verlieren, dann müssen wir mehr wie 10% Rendite im Nachgang machen, denn 100 minus 10% sind 90. Wenn wir dann 10% Rendite darauf wieder erwirtschaften würden, wären wir nicht bei 100, sondern bei 99. Das heißt, wir müssen eine Überrendite verhältnismäßig zum ursprünglichen Verlust erzielen und Überrenditen sind irrational, damit unwahrscheinlich und auch nicht im Rahmen dessen, was wir als Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten sollten. Wir sollten konservativ, aber optimistisch an die Dinge herangehen, aber definitiv nicht irrational. Und damit du genau diesem mathematischen Phänomen nicht unterworfen bist, also nicht mehr abgibst, nicht mehr Verluste erzielst, im Sinne dessen, was du an Abgaben eben zu leisten hast, gibt es uns mit unserer Dienstleistung CFO as a Service. Dieser CFO-Service bietet dir eben die optimale Strukturierung deiner betriebswirtschaftlichen Auswertungen, die entsprechende Interpretation dieser Auswertungen, die Kontrolle deiner Jahresabschlüsse, die Optimierung deiner gesamten Lohnbuchhaltung, um dort die geringstmöglichen Abzüge für dich zu realisieren und die Gestaltungsmöglichkeiten, die der Gesetzgeber in Deutschland einräumt, auch wirklich in Anwendung zu bringen. Denn Deutschland als solches bietet aufgrund der sehr komplexen Legislatur sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten, die aber natürlich sich nur für dich wirklich als Möglichkeit präsentieren, wenn du um die Existenz dieser auch Bescheid weißt. Wenn du nicht weißt, dass eine entsprechende Gestaltung möglich ist, dann ist es genauso wertvoll oder wertlos, wie wenn es nicht existieren würde, denn du kannst nie einen validen Gedanken darüber fassen, ob du es machen möchtest oder nicht. Und wir zeigen dir mit unserer Leistung und mit unserer sehr dezidierten Beratung letztlich auf, welche Möglichkeiten bestehen. Wir versuchen also deine Blindspots oder vielmehr die Unwissenheit über deine eigene Unwissenheit zu uncovern und dir damit einfach mehr Möglichkeiten zu geben. Diese Eröffnung von neuen Möglichkeiten bietet dir natürlich ein deutlich vielfältigeres Spektrum an Möglichkeiten, dein eigenes unternehmerisches Handeln wirklich wieder in die eigene Hand zu nehmen, Gestaltungsspielräume zu nutzen und damit vielleicht auch die Expansionskraft deines eigenen Unternehmens maximal voranzutreiben. Weil wenn du immer nur die Hälfte von dem, was du machst, abgibst, wird es natürlich überproportional schwierig, das eigene wirtschaftliche Ergebnis auf ein Level zu hieven, wo du gerne wärst, aber nicht bist, weil du eben die Möglichkeiten der Gestaltung nicht in Anspruch genommen hast und dich hast maximal, und entschuldige jetzt bitte diesen landläufigen Begriff, du hast dich einfach schröpfen lassen. Du hast dir mehr abziehen lassen, als eigentlich faktisch notwendig gewesen wäre. Dabei kann dir aber niemand helfen, außer du dir selber, indem, dass du die Entscheidung triffst, eben neue Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen, neues Wissen aufzusaugen und eben als integralen Bestandteil deines Entscheidungsprofils mit aufzunehmen und letztlich anzuwenden. Das ist letztlich genau das, was wir eben im Rahmen von CFO as a Service für dich und für dein Unternehmen tun können. Aber was es im Einzelfall ganz konkret bedeutet, das muss in einem individuellen Gespräch zu vereinbaren unter www.esa.capital geklärt werden, damit ich dir wirklich eine belastbare Antwort geben kann, was möglich ist und was eben nicht möglich ist. Du solltest dir aber auf jeden Fall nochmal vor Augen führen, dass wenn du eine Marketingagentur beschäftigst, wenn du Vertrieb beschäftigst, das Thema Finanzen nicht stiefmütterlich behandeln kannst, dann am Ende ist Geld der Sauerstoff deines Unternehmens und wenn du damit nicht sauber haushaltest, wenn du dahingehend Nachlässigkeit wirklich als Standard in deinem Unternehmen etablierst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn Geld immer irgendwo einer deutlich stärkeren Volatilität unterworfen ist, als du es eigentlich gerne hättest und du weißt, wie unangenehm als Unternehmerin oder Unternehmer finanzieller Druck ist, die starke Volatilität des eigenen Kontostandes, dann vielleicht auch die Nachtruhe belastet, die schlaflosen Nächte, die müssen alle nicht sein, denn man kann sich auf so vieles vorbereiten, aber eben nur dann, wenn man weiß, wie es geht. Wie immer im Leben ist es nur schwierig, wenn man eben nicht weiß, wie es geht und wenn man weiß, wie es geht und welche Möglichkeiten bestehen, schaut die Welt schon ganz anders aus. Wenn es für dich eine Option ist, dann freue ich mich natürlich auf das persönliche Gespräch mit dir. Danke dir jetzt für deine Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, ein Abo für den Kanal da lässt und wenn du wirklich gar nichts verpassen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, die Glocke zu diesem Kanal zu aktivieren, denn wir publizieren mindestens zwei Videos pro Woche zu entsprechenden Fachthemen und ergänzen dazu noch einzelne ausgewählte Interviews aus dem Digital Business Podcast, wo wir einfach der Annahme sind, dass sie auch im Videoformat publiziert werden sollten. Ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback, hoffe, dass dieses Video für dich von entsprechendem Wert war und sage einfach bis zum nächsten Mal alles Liebe, viel Erfolg, dein Matthias. Ciao. 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 Ciao.